Ciao Italia, wie geht es euch? Danke für die Nachricht, sie kamen laut und deutlich. Mein Name ist Ivana. Mein Name ist Wolfgang. Wir wohnen in Hannover, Deutschland und arbeiten an der Universität. Zum Glück geht es uns allen gut. Um positiv zu bleiben, pflege ich die Blumen auf dem Balkon und spiele Gitarre. Ich arbeite und lese ein spannendes Buch. Wie ihr senden wir eine Botschaft der Stärke. Wir nehmen sie auf und leiten sie weiter in der Welt und fragen, wie es euch geht. Welt, wie geht es euch? Wir umarmen euch. Bleibt stark!